Hey Leute, hier ist der Hauptmann von den Turbic Buddies und heute gibt es wieder eine Runde live mit mir auf der Map Pedro, so ziemlich die beschissenste Map auf Erden. Mit dabei habe ich die AN-94 mit Schnellziehen und Schaft und die Kap 40, C4 noch dabei, Orbitalsatelliten, Loadstar und Schwarm. Und da sehe ich schon den ersten, kleines Opfer. Die Kamera habe ich diesmal links von mir, nicht mal über mir oder so. Ich hoffe diesmal ist das Bild besser, kein Plan. Und die spawnen sicher schon wieder hinter uns. Oder? Ne. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit vorhin schon aufnehmen, aber mein Internet spackt die ganze Zeit rum, konnte ich nichts aufnehmen. Oh, Sniper. Und da hinten auch noch. Und da ist schon der Orbitalsatellit. Nein, das geht heute schnell. Meine Stimme ist auch ein wenig anders, weil ich heißer bin. Würde ich sicher schon aufgefallen sein. Oh, schriehlt er mit dem Kill? Nein, nein, nein. Oh, der springt auch runter. Auch so ein Gratis-Kill. Und ich war übelst am Ragen vorhin, weil mein Internet die ganze Zeit rumgespackt hat. Da kann man einfach nichts aufnehmen, wenn man mit einem 200er Ping herumläuft. Und kaum. 71 Nuklear, achso. Eigentlich eher unaufhaltsam, aber egal. Ich beschwerde sich schon wieder. Kann ich gar nicht ab. Setzen wir mal den Lowster hier ein. Ah, schön. Auch auf der Map ist der echt scheiße. Ich kann da nicht mal weiter nach rechts zielen. Na komm, du da drinnen. Hm, oder auch nicht. Schön, schön, schön. Na komm, stirb. Ach, Mist. Treffe ich den wieder nicht. Oh, lag. Lag. Damn. Mein Internet spackt. Da seht ihr es. Wow, oh, 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 oh. Das sind nicht lags. So kann man. Definitiv gut spielen. Zeitlupe. Ja, sehr gut. So, letztlich spielen. Fick dich. So, Leute. Runde 2. Ich bin angepisst. Mein Internet ist für den Arsch. Draußen regnet es. Das ist auch der Grund, warum das Internet nicht funktioniert. Weil ich mobiles Internet habe. Nur beschissen. 100er Peng jetzt. 100er Latenzzeit. Für den Arsch. Selbe Klasse übrigens wie vorhin. Orbital und Loadstone. Schwamm wieder dabei. Eigentlich zum Kotzen die ganze Zeit. Immer ein beschissenes Internet haben. Na komm, geh da runter. Na, blockier mich nicht. Gleich kommt der Spawnwechsel. Ich sag's euch. Lass mich da hin. Ach, so viele Spassen und Tricks. Die probieren's auch immer wieder. Der springt sicher gleich runter, oder? Warum macht er das nicht? Warum kommt der nicht runter? Na komm. Boah, freck ich fast. Mann, verpiss dich. Ich bin so angepisst von dem Spiel. Das ist unglaublich. Ey, komm. Jetzt kommt der Spawnwechsel auch noch, oder? Na klar. Alles auf einmal. Na komm. Ah, da ist einer. Der steht mit der Shotgun da ganz oben. Das macht viel Sinn. Na komm. Ey, ich treff nichts. Kommt der jetzt da hoch? Echt zum Kotzen mittlerweile. Ich hab so die Wut auf das Game. Das ist unverstellbar. Und jetzt schon wieder Spawnwechsel. Alter Schwede. Ja klar, stell dich da hin. Bisschen campen, oder? Na komm. Wo bleiben sie? Komm, Boot, Boot, Boot. Na komm. Andere Seite vielleicht. Lehnen ist echt praktisch. Na komm, keiner. Wollen nicht, oder so. Na komm. Ey, gibt's nicht. Ich setze jetzt einfach mal den Lotster ein. Kein Bock auf dich zu warten. Na komm. Oh, schon wieder Spawnwechsel. Toll. Ich treffe auch nichts mit dem Lotster. Na komm. Du stirb. Na klar, tötet er mich vor dem Schwamm. Ey, so ein kleiner Penner. Na komm. Ah, 20.1. Wenigstens etwas. Mein Internet geht mir schon so im Sack. Nein, du gehst da nicht rein. 25.1. Na. Das sollte gewonnen sein. Jetzt noch ein wenig Spawntrappen, oder? Er kommt raus. Na. Ich treffe auch überhaupt nichts. Das gibt's doch nicht. Kommt der da hoch? Ja, jetzt. Was ist ein Fail? Was? Ein Fail. Bullshit. Egal. Oh, wieder dieselbe Vector. Kacke. Scheiß Waffe einfach. Steht da einer? Ne. Unser Geschütz. Klar. Was denn sonst? Wow. Was war das? Hunter Kill, oder wie? Okay. Okay, da kommt sicher keiner. Wow. Shotgun-Typ. Nicht in der Ecke. Wow, mein Aim. Wow. Perfektes Aim. Für alles einfach. Na komm, holen wir uns die paar Kills noch. Na. Komm. Und da ist es vorbei. Letzter Kill mit der Shotgun von den Pix-Typen. 30-2, ganz in Ordnung. Sorry für die erste Runde, dass da mein Internet weg war. Aber das Wetter spielt heute nicht ganz so mit und so. Na, ich sag mal, das soll's gewesen sein. Okay, Shotgun, klar. Hammer, der Typ. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin. Bis dahin.